Hallo und herzlich willkommen hier zu der ersten Folge von Let's Play Clash of Clans. Wir spielen heute eine Runde Clash of Clans, wie ihr schon seht. Wir greifen mit, also wir greifen jetzt an. Wir greifen mit 11 Brise an, 14 Magier, 9, 9, 10 Goblins und 20 Lacken an. Und ja, wir werden sehen, ob wir was hinkriegen, ja oder nein. Und ja, das ist die erste Folge von Let's Play Clans und auch die erste Folge, wo ihr entscheiden könnt. Oh ja, guter Spieler. Ob ich überhaupt das noch spielen, äh, ob ich das spielen soll. Okay. Der ist auf jeden Fall inaktiv, das sieht man. Gleich gucke, schon besitzt. Oh krass. Ja, okay, dann haben wir schon das ganze Kreuz. So, und da... So, ich kann einfach mal ein sehr glibruhen sein, würde ich mal sagen. Also, ich habe auf jeden Fall schön viel, ähm, Elektion zurückgekriegt, weil ich mir gerade wegen Wutzauber, weil ich erst, glaube ich, sieben Ratos gegangen bin. Und ja, hoffentlich kriege ich hier noch irgendwas hin. Geil, ich mir noch den Rest. Von der Tür vielleicht? Ja. Den Fall hin. So, ähm, ich will eigentlich auch gar nicht mehr schaffen. Ich will auch hier die... Oh, okay. Oh, krug macht sich noch ein bisschen Gold. So. Mehr wich auch nicht. Und ich weiß, wie meine... Wir haben auch schön viel Geld gekriegt und... Äh, dunkles, genau. Ne, normales Alexi. Okay, ähm, ähm, mehr kann ich Andy heute nicht machen, weil, ja. Ähm, da wollte ich eh mal rausgehen, weil der einfach nur richtig behindert ist, der Clan. Äh, wenn ihr einen guten Clan habt für mich und, ähm, mich aufnehmen wollt, ich hab 1159 Trophäen, dann meldet mich bei mir, ähm. Und ja, das war's, Andy, von der Serie. Okay, ich, ich, ähm, morgen oder übermorgen kommen dann richtige Folgen. Und morgen kommt dann auch wieder Call of Duty und so weiter und so fort. Bis dahin. Ciao. Euer Exodus OP.